In der heutigen News-Folge geht es um. Formel 1 in Dänemark immer unwahrscheinlicher. RTL überträgt den Vietnam-Gumpri nicht live vor Ort. Max Verstappens Ausstiegsklausel. Wird der Orbitpark-Circuit für 2021 überarbeitet? Mercedes neues DAS-System. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. In der Vergangenheit gab es immer wieder Pläne zu einem möglichen Kopenhagen-Gumpri, doch die Unterstützung der dänischen Hauptstadt blieb leider aus. Die Regierung wollte den Grand Prix sogar finanzieren, aber Kopenhagen unterstützte das nicht. Da Kopenhagen dann außen vor war, kontaktierte der dänische Politiker Helge Sander andere Städte wie zum Beispiel Arlborg oder Roskilde. Diese waren realistisch und sind nebenbei auch die Geburtsorte von Jan Magnussen und Sohn Kevin. Dort gäbe es die Unterstützung der Stadt plus die der privaten Investoren, aber da fehlt das Support der Regierung. Nach dem Aus von Kopenhagen wurde das Projekt nicht mehr zur Priorität der Regierung. Aber die Tür für einen möglichen Formel-1-Grand Prix ist noch nicht zu. Am 5. April kommt es zum Premieren-Grand Prix von Vietnam, doch RTL wird nicht live vor Ort sein, wie sie am Mittwoch entschieden haben. Die Live-Sendungsproduktion wird nach Köln verlagert. Der Grund sei die nicht kalkulierbare Verbreitung des Coronavirus. Zitat von Sportchef Manfred Loppe, Max Verstappen hat vor Wochen seinen Vertrag bei Red Bull Racing bis einschließlich 2023 verlängert. Doch laut Helmut Marko besitzt diese Ausstiegsklauseln, die der 22-Jährige sich in den Vertrag hat schreiben lassen. Eine davon betrifft Motorenpartner Honda. Wenn der Motorabstand zur Spitze höchstens 0,2 Sekunden betrifft, muss er für den österreichisch-britischen Rennstall fahren. In seinem letzten Vertrag stand drin, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt der Saison innerhalb der Top 3 der Fahrerwettung liegen muss. Das könnte im neuen Vertrag ebenfalls vorhanden sein. Er ist bei Red Bull die klare Nummer 1, was aber nicht bedeutet, dass sie Alex Albon vernachlässigen. Seine Aufgabe ist es, sich immer weiter zu steigern und den Konkurrenten die Punkte wegzunehmen. Laut der australischen AGPC wird es 2021 zu einer radikalen Änderung des Kurses in Down Under kommen, darunter auch eine Layout-Änderung, um mehr Überholmanöver zu sehen. Die letzte Renovierung war vor 24 Jahren mit einer umfassenden Erneuerung des Asphaltes. Der Vertrag mit Melbourne gibt es einschließlich 2025 und die Rennen in 2021 und 2022 sollen auf neuen Asphalt stattfinden. Dabei soll es eine Änderung am Layout geben, genauer gesagt sollen die schnellen Kurven 11 und 12 durch eine harte Bremszone ausgetauscht werden. Die AGPC führt wegen der Streckenweiterentwicklung Dialoge mit der Formel 1, um sicherzustellen, dass die früheren Änderungen sich in Streckenanpassungen widerspiegeln. Sie müssen diese Dinge rund um die Strecke berücksichtigen. Gestern konnte man bei der Onboard-Aufnahme von Lewis Hamilton erkennen, dass er das Lenkrad auf der Stadt Segelraten zu sich zog. Diese Neuheit trägt den Namen DAS, was für Double Axis Steering steht. Zu Deutsch Doppelachsige Lenkung. Automotor und Sport hat Andy Green, technischer Direktor von Racing Point, zur Mercedes-Neuheit einer Lenkung befragt. Die Vorschriften besagen, dass die Fahrer die Radposition mit dem Lenkrad verändern können, ohne dass das Wie oder Wo festgelegt wird. Das Ziehen an der Lenksäule soll bewirken, dass sich die Räder nach innen neigen und somit die Betriebstemperatur der Reifen erhöht wird. Das System sieht eher nach Mechanik statt Hydraulik aus, da die benötigte Bewegungsaktivierung bei der Hydraulik zu groß sei. Laut Green werden alle anderen Teams ebenfalls versuchen, dieses System zu kopieren, aber so etwas kann mindestens sechs Monate dauern und im allerschlimmsten Fall müssen sie das gesamte Gehäuse ändern. Helmut Marko ist der Ansicht, dass das System illegal ist, doch die Vier hat es, laut Mercedes, als legal abgenickt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin echt mal gespannt, ob es in Zukunft noch etwas mit dem dänischen Grand Prix wird. RTLs Entscheidung kann ich nachvollziehen, denn Sicherheit geht nun mal vor. Ich bin echt mal gespannt, was Max Verstappen in der Zukunft noch mit Red Bull reißen kann. Könnt ihr euch vorstellen, dass er jemals Red Bull verlassen könnte? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf das zukünftige Layout bzw. die zukünftigen Änderungen in Down Under bin ich wirklich gespannt. Aber dass man dafür die Hochgeschwindigkeitsschikane gegen eine harte Bremszone austauscht, bin ich kein Fan von. Für mich gehört diese Schikane einfach zum Kurs dazu. Als ich gestern zum ersten Mal von dem DHS gehört habe bzw. es gesehen habe, war meine Vermutung, dass es etwas mit der Aerodynamik zu tun hat. Aber da lag ich wohl falsch. Von daher habe ich mich informiert und jetzt bin ich schlauer als vorher. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Sibi000. Er schreibt, mach mal bitte ein neues Intro. Diesen Satz habe ich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal gelesen und jetzt möchte ich ein letztes Mal darauf eingehen. Ich habe das aktuelle Intro nicht erstellt und werde auch das neue nicht erstellen, weil ich dafür jemanden habe. Außerdem wird es so oder so kommen, habt einfach noch ein bisschen Geduld. Es liegt einfach daran, dass 2020 noch keine Rennen gefahren wurden und von daher wird es wohl April werden, bis ein neues Intro fertig ist. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.